Tatsächlich wird die Menschheit einem grausamen Schicksal entgegen gehen, wenn sie sich nicht einem zynischen Befehl beugt. Einen Befehl, den sie aus dem Dunkel des Weltalls erhalten hat. Zwar nehmen mutige Männer den Kampf gegen die Phantome auf, die auf einem anderen Planeten leben, aber... Was wissen Sie bis jetzt? Ich weiß, dass die Lebewesen jene Sternswaffen besitzen, von denen sie unsere Fantasie keine Vorstellung macht. Hans Dominik, der berühmte deutsche Schriftsteller, hat in seinen Zukunftsromanen faszinierende Ereignisse der Welt von morgen geschrieben. Heute sind Hans Dominiks fantastische Geschichten von zwingender Aktualität. Seine Inspirationen haben die Anregung zu diesem Film gegeben. Glenn, ich kann dir nicht helfen zu... Was weißt du? Glenn, es ist zu spät. Die vielgesichtigen Bewohner jenes Sterns, der in unser Sonnensystem eingedrungen ist, haben der Menschheit befohlen, sich in wasserlose Gebiete zurückzuziehen. Oder aber, alles Leben auf der Erde wird ausgetilgt. Die Lebewesen dieses Sterns verfügen über satanische Waffen, über Ungeheuer, die mit ihrem feurigen Atem ganze Landstriche verwüsten können. Die Erde aber ist gegen die unverwundbaren Bestien aus dem Weltraum machtlos. 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 Gästlich. Die Erde. Die Erde. Man. Diese�gнее mobiler werden zwingend haben die toppedade Auslanfelie größte. Denn ta command. Die Erde. brauchen den Sie Katieformier macht Sorgen. Messer dein Eltern perspektives Careful bitte zum wiziesta stem passageens. Funktioniert werdenfl printf laboratory, die sehr gut künstret. Es gibt hier prosecutors den Sie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020